Hallo, mein Name ist Taukatschup und herzlich willkommen zu Let's Play Magic 2 SK Part 1 und 3, 32, scheiß drauf auf das Auffahren. Ja, niemals auf, okay. You got it? You got it? Hey. Yo, was macht man? Nix. Nee. Farmen. Feed. Feed, feed. So. So yeah, baby. Sexy. So, mir gehen wir mal eine Runde. Äh, 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 in den Roten Wald. Wie leid ich mir, die mich komplett ficken. Naja. Verliebt, die Buff hat sich schon wieder ausgelockt. Yay. Das regt mich natürlich wieder so auf. So, ja, dann gehen wir mal ein paar Steinchen farmen. Weil ich brauche noch ein paar Säges für das Giftie dann. So, natürlich, mir, ich bleibe aber nicht hier, weil, hier, Roter Wald, du zu in den Augen weh. Also, den Roten Wald kannst du ja vergessen. Ich meine, dass ich probiere, ich die zweite Buff noch mal, die zweite Buff, ja. Ich meine, dass ich probiere, ich noch mal die Buff einzuloggen. Schauen, ob diese Bitch endlich mal will. Hoffe ich ja mal. Ja. So. Yo. So, wieder da. Buff ist rein. Let's get alles wieder. So, neuen Roten Wald, Forest. Neuen Roten Wald, Forest. Oh Gott. Egal, weil ich mag einfach das lieber, wenn es so aussieht. So, und gehen wir mal mit ins Kloppen. Warum ist diese Bitch schon wieder disconnected? Fick dich, Game. Meine. Gah. Will das Game mich eigentlich komplett ficken? Wenn ja, dann schaffst, schaff das Game das auch. Meine Güte, Mother. Scheißdreck. Hurens, Scheiß, Fick, Game. Fotzendreck. Wenigstens ist ein Steiner und ein Fotzendreck. Jetzt renn doch weiter, Idiot, Idiot. Deppertopp, voll Idiot. Trottel, Arschloch, Wichser, Hure. Okay. Neugsam reicht's auch. Dummes Arschloch. So, dann gehen wir... Da, nein, nicht da runter. Ich meine, es geht bei den Holzbrett da runter. Holzbrett. So, ja. Ah, ich melde mich jetzt ab von Skypfer. Das geht mich doch langsam an den Arsch. Gott. So, dann bis gleich. Ich muss nochmal die Motherfange buffen. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. Und wer bufft, du behindertes Miststück. Du disconnectest dich. Dann reiße ich dir den Kopf ab. So. Uh, ich hab gebufft. Ich hab gebufft, ohne dass ihr sie erkickt. Oh. Oh. Schild an. Schild an. So, ja. Wundert euch nichts. Das Gift ist bloß 5. Ah, ich dachte schon wieder buff. Getraust dich nicht, oder? Zu disconnecten. So, ja. Und dann jetzt einfach farmen. So. Einfach. Farmen. So. Einfach farmen. So, ich weiss ja nicht, ob ihr das auch immer macht. Aber ich hab, äh, während das nicht farme, äh, benutze ich immer so oft. Buff. Also, ich buff eigentlich extrem oft, generell. Excusion, oder? Jetzt fängt diese, diese Sau schon wieder an zu nerven. So, buffen. Keine Ahnung, mach ich immer. Ah, willkommen in meinem Reich. Hi. Ja. Hi. Oh, jetzt fängt's an. Ah. Jetzt fängt der Lästiger an. How do you? So, die sind nochmal weg. Oh mein Gott, was mach ich denn hier? Ich hab so lange nicht mal kein Medi mal gezeigt, dass ich es im Wahnsinn. So, mach mal schnell das Auto rein. Schlag, schlag, schlag. Hallo! Ich kann nicht benutzen, wenn ich reinge. Du kannst es, du kannst nicht schlagen, wer hat es nur auf den... Oh Gott! Wie geht's? Ich bin gut. Danke, und du? Du hast gebeten. Da wird dann so lästig, das sage ich euch. Da sage ich euch, da wird lästig. Fine, vom Make-Man 9. Ah, okay! Ja, hat sich mit uns dazu. Viel Glück. Oh. So, schnell buffen. 20% cooler. So. Lass das mal, Kollege. So. Nochmal lieber weg. Weil ich bekomme da immer witzigerweise so ein Schaden. Von mir fehlt bei ihm noch die scheiß... Eine scheiß Bio-Quest. Fehlt mir da bei ihm noch. Die, was man unbedingt braucht. Das heißt, unbedingt. Ja, logisch. No, wie das so. So, wieder buffen. Hey, new win. Komm her. Oh, natürlich baut uns auch noch. Mal testen. Ah, okay, du brauchst ja nichts mehr, oder? Schön. So, hoffentlich eine Säge. Weil wir brauchen viele Säges und... Erstens, um das Gift, die weiter zu upen, dann. So, nehmen wir alles mit. Ich fühlst dir gar nicht, dass man hier am Bluetooth droppt. Black Magic, Karma, plus 8, plus Upgrade ist gleich. Mach einfach. Halt doch mal die Goschen. Oh, mein Gott. Hau rein. So, was haben wir? Oh, mein Gott. Immer noch dieser Quarkscheiß. So. Wenigstens ein XP-Ring. Ah, nice. Ich will wissen, ob es jetzt fail ist oder nicht. So, das bekommst du. Bekommst auch du. Das bekommst auch du. Das hier, Hohensblut, bekommst du auch. Den XP-Ring bekommst du. Ja, ha, 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 ha. Trollololololololololol. Was wollte ich geben? Ah ja, hier die. So. Ja, passt. So, nur schnell alles richten. Eine Sekunde. So, sorry. Ich habe mich schocken gebrügt. So, lass mal schauen, eine Alpenrosa haben wir bekommen. Schön. So, okay, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier noch? Arbeiter im Jahr. 59 Dämonen. Dämonen an der Ektemone, Edelstein. Ja, also wie gesagt, ne, ich habe überhaupt nicht schon viel gehabt in das Gift hier rein. Oh, Nymphie habe ich vergessen zu geben. Das war ein Scheiß. Naja, egal. Ich habe Quest Potion. Dann haben wir auch noch ein Kinderella. So. Schauen wir mal, was haben wir denn hier wunderschöns? Oh, Mann, heute geht's ab. Buff, komm mal, schau das an. Buff, schau mal, was ich gefunden habe. Oh mein Gott. Und weiter geht's. Ich hoffe mal, die Buff kommt dann auch mal Level Up. So, ah Leute, und ich muss euch was anderes sagen. Ich habe jetzt doch einen anderen Weg gefunden. Nicht, ähm, also was feiner wäre. Weil, und zwar ist es so, ich muss um halb acht bis, äh, fünf, beziehungsweise halb fünf muss ich arbeiten. Äh, da habe ich mir einfach, darum ist das mit der Zeit schlecht ausgegangen. Wegen der Explain und so. Aber ich habe jetzt einen anderen Weg gefunden. Und zwar, der Weg nennt sich logisch denken. Und zwar können wir einfach, was viel einfache Weg ist, folgendes machen. Einen Tag aufnehmen wie die Sau. Und am nächsten Tag alles rendern wie die Sau. Und dann über am nächsten Tag natürlich. Beziehungsweise über die Nacht. Komplett alles hochladen. Und dann einfach, weil ich, ähm, ja, das jetzt der Partner, bei dem ich bin, freigeschaltet. Und zwar, dass man das geplant veröffentlichen kann. Sozusagen ich kann immer hochladen, 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 immer geplant. Ihr habt ihr, ihr und ihr habt eure Videos. Und wir sind wieder voll Gast rein. Jihah, Bitch. Was richtig geil ist. So, ja. Ah, und wenn ich schon mal in Medien 2 SG reinpämen. Ich würde interessieren, wie viel Medien 2 SG Leute gibt es doch zu zocken. Wenn viele mit sind. Und, wöchentliches Leveling, Helfing, Helfing, ja genau. Dann würde ich euch, ich würde euch immer helfen. Ist logisch. Anschreiben, in-game. TeamSpeak. Egal, was für ein Reich ihr seid. Habt ihr Probleme? Generell, ob ich euch irgendwas helfen soll. Wollt ihr leveln oder so weiter. Kampf-GAU, was auch immer. Scheißegal. Schreibt mich an. Ich helfe euch. Ich bin euer Bro. Ich bin euer Schatz. Ich bin euer Mausi. Und ich bin ein Idiot. Da was witzigweil ich gar kein Death hat. Ist ja langsam und tot. Nein, ich verrecke nicht bei Medien. Das würde meine Ehre verletzen. Ja, siehste. Alter, wo machen jetzt so viel Damage? Das gibt's ja mal nicht. Aber nee, 90er-Farmen geht locker. Das geht rutsi-futsi. Naja, wenn hier das Farm-S-Gift-Ips-Sorge fertig geswitcht ist und fertig gehabt ist, was alles dann ja noch zum Video wird, dann wird das sowas von abgehen. Das wird sowas von abgehen. Unicombo, alles mitnehmen. Generell einfach alles mitnehmen. So, jetzt können wir's eh durchziehen. So, drei-mal der fucking Säge ist's. Das ist gar nichts. Öfter Farmen leveln. Sag mal. Blessingskruuuu. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Was? Also, ich dachte, Intelligenz. Oh, da ist er. Haha. Da, da Blitzmesser. Unicombo. Ja, ist er nur das. Nur das. Ah und sie hat sicher den Rest wieder rein in die Wanda. Ja, das hat es sie. Hauptsächlich ein Experien. Das freut mich schon wieder. Das lässt mein Herz so schnell rasen und zwei Nymphis. So, und haben wir ab. Bot rein. Ah, wir kriegen wir nachher. Ah, okay. So, und such mal einen weiteren Maid. Ding. Bin gestanden, ob man Glück hat, weil Leute farmen nicht viele. Und solange das Wort nicht da ist, ist es kleine, abgefuckte Huhn. Sorry, aber ist wirklich so. Dann habe ich eigentlich hier keine Sorgen. Vorbeugend. Reflect Damage würde eigentlich der Buff dann gehören. Äh, und wie gesagt, wenn bei diesem Part von Medien SG generell schwarze Rände sind am Rand. Spass dich. Dann tut mir leid, weil ich muss den Fenstermodus aufnehmen, damit ich zur Buff wechseln kann. Sonst erzeugt mir Teamspeak. Ja, genau. Ich nehme alles mit Teamspeak auf, also. Ich habe Teamspeak so umgescriptet, dass ich aufnehmen kann. Könnt ihr nicht, ne? Ha, 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 ha. Ne. Ihr wisst schon, was ich meine, weil dann geht es einfach nicht. Dann heult's. Warum ist diese Sau endlich immer so leise? So leise, ja. Ah. Ha. Oh, tut mir leid, ich bin ein bisschen verkühlt. So. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. naja wo ist medien mit ihm mein vater hat eine fall eine lustige beispiel für dieses spiel genommen wo mich eigentlich dieses spiel so gerne mag er hat nur mal gesagt er würde das geben so langweilig finden wenn man eine stunde lang immer nur auf dem gleichen platz rum rennt und steine schläft da da irgendwie auch so fucking recht aber das ist halt mal das geile im medien eigentlich gibt es generell wenn ich